Schließlich geht es um unsere aller Zukunft. FF55 steht für Fit for 55. Das hat nichts mit einem Sportprogramm oder Diätprogramm für etwas ältere Menschen zu tun. Nein, sondern vielmehr mit einer gesunden Zukunft für uns alle. Fit for 55 ist ein Gesetzespaket von der Europäischen Union. Es umfasst 13 Gesetzentwürfe zur Senkung der Treibhausgasemissionen, wie zum Beispiel Methan oder eben CO2. Ihr wisst schon, nur um die wichtigsten zu nennen, des Weiteren zur Energieeffizienz und zum Ausbau der Erneuerbaren, wie Windkraft und Solar. Das Paket wird unser verschärftes Klimaziel bis 2030 umsetzt. Und zwar sollen 55% weniger Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre gestoßen werden, im Vergleich zu 1990. You see, Fit for 55, 55%. Das Ziel wurde angepasst, damit die EU bis 2050 klimaneutral wird. Aktuell wird das Paket verhandelt zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat. Es befindet sich also in der heißen Phase. Daher Fingers crossed, dass dieses Gesetzespaket verabschiedet wird.